Und wir sitzen immer noch gemütlich am Lagerfeuer und werden natürlich jetzt mal mit den Leuten weiterreden und kurz dann die Weise finden. Wir haben mit ihr gesprochen, jetzt sprechen wir mal mit Horea. Berührt nichts und versucht nicht zu tief einzuatmen. Die Krankheit ist überall, überall! Das Leiden? Wie komme ich jetzt auf das Leiden? Naja, ich komme jetzt auf das Leiden, Fragezeichen. Die Seuche, sie ist in der Luft und im Wasser und selbst auf der Haut. Sie kriecht und gräbt und bohrt sich immer tiefer in einen hinein. Versteht ihr denn nicht? Es ist nicht sicher. Und sie beobachten uns. Sie beobachten uns die ganze Zeit. Da hilft nur eins. Und jetzt fühle ich mich richtig eklig. Da hilft nur eins. Ein Aluhütchen. So, okay. Da haben wir das erste Hinweis. Ein Heilmittel. Ein leeres Getränk. Wir nehmen das volle. Fünf Stück. Okay, das ist alles leer. Was haben wir mit ihr hier? Bitte, mehr Heilmittel. Ich brauche mehr Heilmittel. Das klingt schon fast, als wären die danach süchtig. Könnt ihr mir sagen, was hier vor sich geht? Die Wunderheilerin. Sie kommt und geht. Ich glaube nicht, dass das Heilmittel wirklich hilft, aber sie meinte, es würde erst noch schlimmer werden, bevor es mir wieder besser geht. Es fühlt sich an, als ob ich verbrenne. Diese Nixflöhe haben versprochen, sie würden helfen. Sie haben uns ein Heilmittel versprochen. Ich finde es gut, dass sie auch mit interagiert. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt von dem Spiel nicht erwartet. Also, beim Online-Spiel ist das doch schon sehr, sehr außergewöhnlich. Sobald ich genesen bin, werde ich mich den Leitgeborenen anschließen. Ich will anderen helfen, wie sie mir geholfen haben. Na dann, lebt wohl. Ob die wirklich helfen. So, unsere erste Gruppe. Das sind ziemlich viele. Da gehe ich aber direkt in den Nahkampf. Ah, Moment, die kommt hier rüber. Ne, tut sie nicht. Nein, so. Oh nein, heiler! Ja. Verdammter! Verdammt! Letzter Schaden, okay. Hinweis, verwenden Qualen oder Aspekte Schreckens, wenn ihr mehrere Gegner gleichzeitig gegenübersteht, um eure Chance zu erhöhen. Ja, haben wir gemacht. Schwerangeforsachen und Schaden müssen noch voll aufgeladen werden, um den besten Effekt zu erzielen, ja. Für den 10% der Heilkörper, wenn ihr sterbt. Ja, das Tödliche war natürlich dann ein Eisfall, also der Magier hat uns ordentlich zugesetzt, weil ich dummerweise nicht gesehen habe, dass da noch ein Heiler war. Wir werden mal auf Todesrückblick umschalten, mal sehen, was das ist. Das habe ich persönlich noch gar nicht gemacht, also ist jetzt neu reingekommen. Mal gucken, was wir sehen werden. Hallo? Achso, ja, dann sehen wir das hier. Okay, das ist, äh, schön. Das, äh, damit kann man viel anfangen. So. So. So, diesmal. Und, ja. Okay, wir sind nicht mehr allein, wir haben jetzt noch... Oh. Ein... Wow. Achso, wir sollten, äh... So, und dann mal sehen, ob der nicht besser ist als unser, wa? Definitiv. Ja, das nehmen wir doch direkt. Das ist sogar ein Schlangenschwert. Juhu. Ich bin glücklich. Heilmittel. Wollte nicht wieder wegstecken. So, Schorke, Frost, Magier. Da haben wir jetzt keinen Heiler. Das ist sehr gut. Achso, ja, er hilft uns. Also, hilft uns. Deswegen kriegen wir auch bessere Drops hier. Ja. Wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. 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 mal ein Befehl oder was? Heilmittel Charge 6 Nutzlos Absolut nutzlos. Das Heilmittel wird nicht den hohen Anforderungen unserer Herren genügen, wenn es die Person, die es einnimmt, einfach umbringt. Wenn wir versuchen würden, ein neues Gift zu erschaffen, dann wäre das durchschlagende Erfolg. Aber das ist nicht unser Ziel. Nehmt weniger getrocknetes Leichenblut und versucht es erneut und achtet auf die Temperatur in diesen Kesseln. Einer von ihnen war kurz vor dem Überlauf und ich für meinen Teil bin nicht scharf darauf, von kochenden Heilmitteln bespritzt zu werden. Wunderheilerin Breva Ja, das klingt wirklich so, weil Blut von Leichen, das könnte man zwar vielleicht als Impfung benutzen, aber dann nur in kleinen Dosen und das sollte nicht zum Ausbruch der Krankheit führen. Also entweder sie noch sehr am Experimentieren oder wie ich schon siebenmal angedeutet habe, weil was ich vermute natürlich nur, ich habe mir keine Ahnung, ich bin habe während die Fraktion noch nicht gespielt benutzen die das, um Leute hier zu verwandeln und irgendein Dätra oder so das kann aber auch eine andere Macht sein, versucht hier Fuß auszufassen. Charge 15 Die Charge des Heilmittels wäre um ein Haar perfekt gewesen. Leider war das Mittel einen Hauch zu wirksam. Die Erkrankten verwandelten sich weitaus schneller in gewalttätigen Höhlen, als wir an diesem Punkt des Vorgangs erhofft hatten. Ja, meine, mein Thema. So, mal gucken, wer dahinter steckt, das interessiert mich auch noch und wie wir sie aufhalten. Vielleicht wird diese Mixtur uns später noch nützlich sein, wenn wir schnelleren Nachschub an untoten Soldaten brauchen, aber fürs Erste können wir mit dieser Charge nichts anfangen. Eine interessante Nebenwirkung dieser Charge des Heilmittels ist die Aggressivität, die die neu erschaffenen Höhlen zeigen. Sie werden auf der Stelle gewalttätig und betrachten alles, was sich bewegt, als ein Feind oder als Nahrung. Diese Höhlen waren auch völlig unbeeindruckt von dem Höhlengeruch, den wir auftragen, wenn wir in ihrer Nähe arbeiten. Sie griffen unsere Arbeit an. Sobald sie sahen, was nahegelegt, was nahegelegt, dass der Achso, was nahegelegt, dass der Geruch uns nicht vor Höhlen schützt, die mit dieser Version des Heilmittels erschaffen wurden. Äh, Heilmittel ist schon, schon Zynismus hoch 7. Erhöhen wir alles bei der nächsten Charge die Kochzeit. Also, bei der nächsten Charge die Kochzeit. Um eine Stunde und senken wir die Menge an Wolfsgalle um ein Viertel. Wunderin, Heilerin, Brewer. So viel zu Wunderheilerin. Die verursacht hier, naja, die nimmt den Menschen hier das Leben und verwandelt sie in hirnlose Supersoldaten. Was natürlich der Äh, was heute noch ein oder andere Armee gerne hätte. Ich gucke einfach auf die Karte. Ist egal, wir gehen links, weil rechts ist der Ausgang. Hier ist die Quarantäne, hier ist gerade keiner. Kann aber auch sein, dass er getötet wurde. Detisam, mein Bruder, was ist mit euch geschehen? Bei den drei. Er lebt. Ich fürchte, die Seuche verschlingt euch, Bruder. Errona, was macht ihr hier? Es ist nicht sicher. Die Leitgeborenen haben uns angegriffen und die Befallenen verwandeln sich in Seuchenhüllen. Die Leitgeborenen verbreiten die Seuche. Das ist grauenhaft. Aus irgendeinem Grund wollen sie, dass sich alle anstecken. Sie sind keine Heiler. Sie sind Monster. Die Lodos-Seuche. Ich weiß nicht warum, aber ich weiß eindeutig, dass das Heilmittel der Leitgeborenen in Wahrheit die Quelle der Krankheit ist. Was sie auch planen. Ihr müsst sie aufhalten. Aber zuerst braucht ihr einen Heiler. Das ist nicht wichtig. Bringt meine Schwester hier raus und haltet die Leitgeborenen auf. vernichtet dieses angebliche Heilmittel und macht dieser verrückten Wunderheilerin Breva den Gar aus. Das werde ich tun, aber ich glaube nicht, dass Aeron euch von der Seite weichen wird. Dann stimmt sie um. Es ist zu spät für mich. Ich möchte mich nicht in eins dieser Dinger verwandeln und meiner Schwester wehtun. außerdem ist sie eine Redoran. Sie hat eine Verantwortung für das Serg und seine Bewohner. So, es liegt mal wieder an uns. Wir haben jetzt die Wahl. Nun gut, ich werde mit ihr sprechen. Also, dass wir sie zurückschicken oder mitnehmen. Oder nein, noch bleibt Zeit, um euch zu helfen. Vielleicht können wir ihnen da irgendwie die Heilerin holen oder so. Ich hoffe, sie bleibt, die Schwester bleibt jetzt nicht allein hier zurück mit ihm. Das könnte böse enden, aber das wissen wir momentan nicht. Vielleicht ist sie auch stark gelogen, dann weiß sie nicht schnell wegzulaufen. Wir werden einfach mal noch bleibt Zeit, um euch zu helfen und sehen, was geschieht. Ihr seid genauso dickköpfig und stur wie meine Schwester. Möge Vivek euch verdammen. Na gut, tut, was getan werden muss. Aber falls das Undenkbare geschieht, erwarte ich von euch, dass ihr mich aufhaltet, bevor ich jemanden verletze. Natürlich. Detisam, du Sevid. Wir lassen dich nicht zurück. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr da tut. Ich könnte jeden Moment zu einer Seuchenhöhle werden. Meine Entscheidung ist endgültig. Zudem bist du krank und kannst nicht klar denken. Ich bringe dich hier heraus und unser Freund kümmert sich um die Leitgeborenen. Das ist ein guter Plan. Charge 19. Ah, endlich! Perfektion! Die letzte Charge Heilmittel beginnt die Erkrankung. Was? führt die Seuche in angemessener Geschwindigkeit fort und verwandelt den Erkrankten dann in 70 von 100 Fällen in eine Seuchenhülle. Jetzt haben wir eine überragende Variante der Seuche und eine effektive Möglichkeit sie zu verbreiten. Natürlich kann es ein langsamer Prozess sein, die Heilmittel zu verteilen, besonders in größeren Dörfern und Städten. Bevor wir unseren Einsatz im Kramfest beginnen, brauchen wir eine schnellere Methode die Seuche zu verbreiten. Aber das ist momentan nicht meine Aufgabe. Außerdem bin ich mir sicher, dass Elchemist Merindil sich bereits um die Seuche kümmert, während ich diese Zeilen hier schreibe. Ich sollte auch erwähnen, dass ich den Hüllengeruch perfektioniert habe. Nun können wir unsere wieder inmitten der Hüllen bewegen, ohne befürchten zu müssen, dass sie uns angreifen. Vielleicht bekomme ich sogar eine Seife hin, die die Geruch nach getaner Arbeit wieder entfernt. Wir werden sofort damit anfangen, größere Chargen des Heimels herzustellen. Binnen kürzester Zeit sollten wir in der Lage sein, jedem im Serg und in der unmittelbaren Umgebung eine Dosis des Heimels verabreichen zu können. Keine Sorge, meine Herren. Alles wird getan, genauso eintreten, wie ihr es vorausgesagt habt. Wunderheilerin Briefer. Ja, hervorge... äh, prophezeit, vorhergesagt, das klingt auch sehr nach Tetra. Wir können jetzt mal rechts lang gehen. Ich glaube, das ist der Weg. Okay, Höhlengeruch, Produktionskammer. Ah, mit dem Höhlengeruch können wir uns natürlich einfach so... Wo ist die? Ich sehe die gar nicht. Es geht um den Geruch. Okay, ich habe geduscht. Also, letztes Mal hattet ihr Glück. Wie oft muss ich es euch noch sagen, wenn ihr mit diesen Seuchenhüllen arbeitet, müsst ihr den Geruch tragen. Ich weiß, ich weiß, das Zeug riecht grauenhaft, aber genau darum geht es doch. Damit riecht ihr genau wie so wie die Höhlen, Suchseuchenhüllen und nur so könnt ihr euch gefahrlos unter diesen üblen Viechern bewegen. Wisst ihr noch, was mit dem, was mit Kenny passiert ist? Wir haben Kenny getötet. Sie hat sich ebenfalls geweigert, den Höhlengeruch aufzutragen. Hat sich beschwert, dass sie ihn nicht mehr aus den Haaren bekommt. Egal wie oft sie sich wäscht und was hat ihre Eitelkeit ihr gebracht? Eine Seuchenhülle hat ihr das Gesicht abgefressen. Möchtet ihr, dass euch das ebenfalls passiert? Also ich ganz bestimmt nicht. Und jetzt reißt euch zusammen und vergesst nicht, den Höhlengeruch aufzutragen. Das möchte ich euch nicht nochmal sagen müssen. So, wir benutzen jetzt Seuchenhüllen Geruch. Ne, ich glaube, ich nehme mal die Außenkamera. Ich gucke mal, ob wir jetzt hier Gibt es hier irgendwelche? Es riecht schon leiser. Gibt es hier irgendwelche, die uns erkennen können? Manche mit Fackeln oder so? Irgendwelche intelligenteren? Vorsichtig, vorsichtig. Nicht, dass doch noch hier irgendjemand, wir sollten vielleicht auch nicht gegen die laufen. So, jetzt kann man wieder so langsam in die Innenansicht gehen. Okay, wir sind jetzt hier direkt vom Lager leitgeboren. Denkt daran, dass unsere Mission heilig ist. Bald wird ganz Morrovin von den Leitgeborenen wissen. Ja, und da das so eine spannende Stelle ist, würde ich sagen, machen wir den Rest in der nächsten Folge. Und sehen mal, ob wir das schaffen oder bei der Anzahl der Menschen hier. Der, das erfahren wir in der nächsten Folge. Und ich mache jetzt schnell den Cut und nehme gleich weiter auf. Wir müssen